Hallo zusammen, es tut sich mal wieder was im High-End-4-Air-Business. Und zwar könnte es sehr gut sein, dass die nächste Generation von High-End-Vario-Brillen ganz kurz bevorsteht. Warum könnte ich mir das vorstellen? Ja, lasst uns mal gemeinsam Folgendes anschauen. Und zwar hat hier Ida Emilia Kaukonen, die Community-Managerin von Vario, Folgendes geteilt. Immerse Yourselves. Am 27.11.23 gibt es ein Vario-Special-Event. Und wenn man da draufklickt, dann kommt man zu folgender Seite hier. Sign up to Varios-Special-Event am 27.11. Ja, join us on Monday, November 27th. Also es findet ein spezielles Event statt, und zwar ein live gestreamtes Event aus dem Vario-Headquarter in Helsinki. Okay, registriert euch jetzt, um den nächsten Level an Immersion freizuschalten. Okay, das hört sich doch schon mal sehr nach einem neuen VR-Headset an, ja? Das nächste Level der Immersion. Okay, und das Schöne ist, hier sieht man eine 4. Und was könnte das wohl heißen? Ja, eine 4, das steht für die nächste Zahl nach der 3. Ja, okay. Ja, wer hat es gedacht? Das Spannende ist, dass die aktuelle Generation von deren Headsets, nämlich die dritte Generation ist. Wir haben momentan die Vario XR3, Focal Edition, die Vario XR3 und die Vario VR3. Und natürlich haben wir die Vario Aero, das ist das Konsumenten-Headset, also was uns natürlich sehr begeistert hat. Und das ist in Wirklichkeit die Vario VR3. Also auch, das ist die dritte Generation. Das heißt, es macht Sinn, dass sie jetzt tatsächlich die nächste Generation vorstellen. Und warum macht das noch Sinn? Ja, erstmal ist die dritte Generation schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Das heißt, es wird jetzt so langsam Zeit für einen Refresh. Und auch vom Zeitpunkt her macht es absolut Sinn. Denn im Frühjahr nächsten Jahres kommt die Apple-Brille raus. Und ja, dann werden sich alle nur noch auf dieses Teil stürzen. Und wenn dann so eine Vario XR4 rauskommt, okay, ja, dann hat sie nicht mehr so viele Schlagzeilen. Aber jetzt, jetzt genau, jetzt ist echt ein super Zeitpunkt, das Ganze rauszubringen. Die haben unsere volle Aufmerksamkeit hier momentan. Und dementsprechend macht es Sinn, dass das hier dann tatsächlich die XR4 und VR4 ist. Und vielleicht dann auch im selben Moment die Aero 2. Denn die Aero 1 ist ja in Wirklichkeit die VR3 gewesen. Das heißt, mal gucken, was hier so kommt, was hier auf uns zukommt. Das könnte auf jeden Fall spannend sein. Heute haben wir den 14. November. Und dementsprechend ist der 27. November nicht mehr weit weg. Wow, cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde das Event live streamen. Das heißt, wenn ihr live dabei sein wollt, auf jeden Fall hier diesen Kanal abonnieren. Damit ihr nichts verpasst hier. Spannend. Ja, warum passt das auch noch gut ins Bild, dass das eben die nächste Generation ist? Also es sind ja schon so viele Anzeigen. Es ist ja, also, ne, es ist ja schon ziemlich offensichtlich. Aber was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass die Vario Aero vor kurzem stark im Preis gesenkt wurde. Also die Vario Aero, wie gesagt, deren High-End-PC-VR-Headset für uns High-End-VR-Enthusiasten, die wurde heruntergesetzt vor kurzem in so einem Fire-Sale von 2.000 Euro ohne Steuern auf 990 Euro ohne Steuern. Also da wurde einfach mal die Hälfte des Preises weggenommen und die haben da ganz schön das Ganze abverkauft. Also das sieht echt danach aus, okay, wir räumen die Regale leer, weil wir was Neues haben. Insofern, wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich eine Aero 2. Das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, ich hoffe natürlich darauf, dass es die Vario XR und VR4 ist. und was dann im selben Moment auch die Aero 2 ist. Das würde meiner Meinung nach am meisten Sinn machen. Naja, wir werden es bald erfahren. Wir müssen bald nicht mehr raten und am 27. wissen wir dann genau Bescheid. Ja, cool. Richtig spannend. Ja, so sieht es aus. Wo ordnet sich das Ganze denn ein? Was gibt es denn da für Konkurrenz? Also im Business-Bereich ist Vario wirklich richtig gut dabei. Und da verdienen sie auch das meiste Geld. Also von ihnen aus gesehen. Das ist cool. Es gibt auf jeden Fall auch noch andere. Firmen, die mitmischen. Natürlich Pico und Meta mit ihren Standalone-Headsets. Aber auch im PC VR-Bereich gibt es dann zum Beispiel die X-TAL von den VR-Geners aus Prag. Die bieten da hier die X-TAL an. Ein sehr großes Headset. Hier, so sieht es aus. Und ja, was auch eine tolle Auflösung hat und klare Linsen und auch wirklich ein sehr schönes Bild einem zeigt. Dann freuen wir uns natürlich alle sehr auf die Somnium VR-1. Das ist das erste Headset von Somnium. Das ist noch nicht draußen. Da warten wir noch drauf. Wir warten noch auf den Preis. Und wir warten auch noch drauf, wann es rauskommen soll. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr. Wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr. Und das Headset richtet sich an uns Verbraucher. Denn die wollen das Headset mit dem klarsten Bild schaffen. Und ja, darauf sind wir alle gespannt. Das wird vielleicht dann ein Konkurrent. Beziehungsweise das, was Vario uns zeigt. Das könnte ein starker Konkurrent werden hier für die Somnium VR-1. Ja, so sieht es aus. Das wird also interessant. Dann natürlich Pimax. Sie haben wieder ein paar Deals am Start. Die guten Pimaxe. Ja, mit der Chrysley. Chrysley ist ein super Headset. Gefällt mir sehr gut. Es ist für uns Enthusiasten. Es richtet sich total an uns Enthusiasten, an uns Sim-Spieler. Und so weiter und so fort. Da ist es ganz klar, an wen die sich richten. Aber die verkaufen das Gerät auch an Enterprise-Customer. Aber es geht hier eher um uns Simmer. Guck mal hier. Und um uns VR-Enthusiasten. Also das ist auch ein Konkurrent. Und dann natürlich die Big Screen Beyond. Ich muss sagen, ein spannendes Headset. Kleinste VR-Brille der Welt. Micro-OLED. Kostet so 1300 Euro bei uns in Europa. Und ich kann es tatsächlich empfehlen für Enthusiasten. Es ist ein super Headset. Der Formfaktor ist der Wahnsinn. Macht richtig Spaß. Die Micro-OLED-Farben sehen toll aus. Ja, also ein tolles Headset. Und 4.1. definitiv spannend. Mal gucken, ob da Vario irgendwas dem entgegenzusetzen hat. Ja, spannend. Richtig spannend. Also am 27. November werden wir viel mehr wissen, was denn Vario uns da zeigt. Und ich würde jetzt mal gerne von euch wissen, was meint ihr? Was meint ihr, zeigt Vario uns da am 27. November? Meint ihr auch, das ist eher so Business XR VR4, die nächste Generation? Oder glaubt ihr, das ist einfach die Vario Aero 2? Oder ist es beides? Was glaubt ihr, was uns Vario da am 27. November zeigt? Und was meint ihr, wenn sie uns ein Headset zeigen, wie schnell kommt das raus? Das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage. Also schreibt es mal bitte unten in den Kommentarbereich rein. Ich freue mich drauf. Ich kann gar nicht erwarten, eure Kommentare zu lesen, denn das ist echt eine spannende Sache. Und natürlich werde ich das hier auf MRTV beobachten und euch auch natürlich dann bringen am 27. November im Livestream. Jo, das war's für dieses Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Abonniert diesen Kanal natürlich. Und ja, wenn ihr euch weiter darüber unterhalten wollt, dann kommt auf den MRTV Discord Server. Da habe ich extra einen Kanal eingerichtet, wo wir uns über dieses nächste Gerät, wenn es denn eins ist, unterhalten können. Und mutmaßen können, was es werden könnte. Jo, das war's. Ich freue mich darauf, euch im Kommentarbereich zu treffen. Bis denn, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.